Okay Leute, weiter geht's mit der Folge oder mit Sims 4 und heute habe ich mal wieder einige Neuerungen, würde ich sagen. Und zwar habe ich einige Kommentare erhalten, was ich jetzt so machen soll als nächstes. Und die habe ich mir jetzt mal alle aufgeschrieben, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und ich hoffe, ich kriege das alles gehandelt. Es ist halt immer ziemlich schwer, ja, alles gleichzeitig zu machen, ne, und die ganzen Sims zu koordinieren. Und deswegen habe ich jetzt auch ein paar Lösungen dafür, wie wir das demnächst umgehen können. Ja, aber fangen wir erstmal an. Ich wollte ja hier eine Frau suchen für Rietze. Ich habe nochmal gefragt, was er denn für eine will. Und zwar soll sie braune Haare haben und, äh, ja, halt sportlich sein. Die sieht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so danach aus. Ähm, ja, ich würde sagen, wir suchen nochmal ein bisschen weiter hier. Wen haben wir denn hier noch? Ähm, ja, auch erstmal im Pause-Modus aktuell, damit ich ja wirklich mal in Ruhe umschauen kann mich, ne. Denn, ja, sonst wird das hier alles wieder mal nix. Äh, ja, okay. Ja, die ist schwanger, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie man das, äh, sagen kann. Warte mal. Ist die, wie alt ist die? Steht da Teenager. Soll ich es mit der mal probieren? Könnte man, ne? Ich, äh, kann ja mal einfach lustig vorstellen, ne. Und dann machen wir das hier mal zu Ende. Zack. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, dass das funktioniert, oder dass es, äh, Ritza auch recht ist. Ich weiß nicht, ob sie sportlich ist, ne. Ähm, sieht mir jetzt noch nicht so danach aus. Aber ja, das, äh, sehen wir gleich. So, jetzt erstmal hier. Hä, was ist denn jetzt? Junge, jetzt mach doch! Alter! Hä? Hat die jetzt das abgebrochen? Boah, ey, ich verstehe diese Sims-Logik nicht. Ja. Ähm, ich spüle mal vor. Kommt die jetzt? Hä, was? Was ist jetzt hier? Nein! Die ist jetzt weg, Alter! Das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Ach, das ist ein Kind. Oh, ey, das kotzt mich an. Wieso ist die jetzt weg? Ja. Ach, na, egal. Ich spüle mal ein bisschen weiter vor. Mal sehen, wer hier noch so kommt. Ähm, ja, das ist auch ein Kind. Ja, toll, jetzt ist wieder keiner mehr da, ja. Das ist ja schon wieder geil. Oh, ey. Na, warte mal, was ist mit der? Junge Erwachsene. Ja. Keine Ahnung. Ich würde halt auch eine als Teenager nehmen. Oder so. Ähm. Ja, obwohl das eigentlich egal ist. Na gut, aber ich glaube, es geht auch gar nicht anders, ne. Das heißt, Rize müsste erst erwachsen werden. Ansonsten, wenn ich eine junge Erwachsene nehmen soll. Ja. Da ist natürlich die Frage jetzt, ne, wie ich das mache. Ja, ist nicht so einfach, ne. Ich hoffe mal, das klappt hier. Ich spüle nochmal weiter vor. Aber ich glaube wohl kaum, dass hier noch viele kommen. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich ja was gesehen. Wer war das? Äh, hier. Ne, hier vorne. Ne. Ah, die ist jetzt auch schon wieder weg. Ah, ey. Das kotzt so an, ne. Man kann hier überhaupt nichts machen. So. Was ist mit der? Wer ist das? Ist Nancy Landgrab? Ja, tatsächlich. Die kenne ich nämlich aus, äh, Streets Let's Play, ne. Genau. Beziehungsweise auch von Sims 3. Da gab es die auch schon. Die gibt es irgendwie immer. Ja, das sind solche Standard-Sims, die irgendwie Tradition haben. Und ja. So. Also, ja, keine Ahnung, was hier los ist. Da drüben. Ja, irgendwie gibt es hier niemanden, ne. Tut mir leid. Also, ich finde hier keinen, ähm, oder keine. Ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Alter, es nervt so mit dem Baum hier, ne. Man sieht halt nichts. Aber die kommen immer hier. Also, muss ich quasi nur vorspulen und immer hier drauf gucken auf den Spot. Wer ist das? Ach, das ist die wieder. Cassandra Kruse ist das halt. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das, was Rietze will. Na. Naja, wir gucken mal. Ah, hier. Da ist sie wieder. Die hatten wir doch. Lustig vorstellen. Alter, zum Glück ist sie wieder da. Ja. Aber als ob die jetzt, äh, einfach so joint. Junge, der unterhält sich wieder mit irgendjemand anders. Jetzt ist sie einmal wieder da. Ja. Junge, jetzt stell dich, jetzt stell dich vor, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. Wieso macht er es nicht? Oh, ey. Also, das regt mich gerade übel auf. Was? Hä? Die ist jetzt einfach wieder weg. Junge, ist das ein Geist oder was? Das regt mich so auf. Ey, wirklich. Was soll denn die Scheiße? Also, mal ehrlich. Da kommt die schon einmal zufällig wieder. Und dann ist sie wieder weg. Instant. Boah, ey. Das kotzt mich so an gerade. Ja, wer ist das? Laura Bauer. Boah, ey. Aber um die Zeit kommt doch bestimmt keiner mehr hierher, ey. Die gehen doch jetzt alle schon wieder. Boah, so eine Scheiße, Mann. Hier kann man nix machen. Wirklich. Was ist denn das für ein Müll? Ey. Also, das ist echt, äh, hart schlimm hier, ja. Oh, Leute, die ist wieder da. Als ob. Kommt ihr alle fünf Minuten hier? Junge, jetzt stell dich endlich vor, jetzt... Oh, endlich ist eine Unterhaltung zustande gekommen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So, jetzt nochmal freundlich vorstellen, ne. Oh, zum Glück, ey. Endlich geht's, äh, mal los hier. Umarmen. Ne, warte, ich glaub, das ist zu früh, Alter. Shit. Ähm. Ja, irgendwelche Sachen hier, ne. Aber ich kann doch einen Witz über Pinguine machen, ne. Zur Runde hinzufügen. Ja, sorry, dass ich mich wieder, äh, nicht über die anderen, äh, um die anderen Sims kümmern kann. Aber, ihr seht ja, ne, ich hänge hier dran schon wieder viel zu lange. Also, es dauert halt echt, ne, bis man hier mal was macht. Und deswegen vergammeln die anderen jetzt leider wieder. Ja. Ähm. Ja, ich würd sagen, lustig. Jemanden parodieren. Dann kann man hier noch kennenlernen. Äh. Ich weiß es nicht. Was kann man noch so machen? Tratschen? Das muss ja immer abwechslungsreich sein, sonst sind die dann gelangweilt. Das kenn ich schon. Und ja. Hat. Ah, sie ist ein Geek. Okay. Ähm. Dramatische Geschichte. Ja, ich hoffe mal, dass man hier ein bisschen was rauskriegt. Wie kann man denn rauskriegen? Ähm. Loll, einheizen. Achso, ich dachte, einen ziehen. Okay. Rumblöden. Respekt zeigen. So. Ja, Respekt zeigen könnten wir eigentlich mal machen. Ist mir jetzt erst, äh, aufgefallen. Über Elternbeschweren. Die gibt's zwar hier gar nicht, aber egal. Kann man ja mal machen, ne? Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich komm mir schon mal nicht klar. Okay, äh. Respekt zeigen. Ja, soll ich das jetzt machen? Aber ich weiß nicht. Hä? Warum geht die jetzt einfach? Was ist denn das nur? Ey, die Sims, die sind so komisch, ja. Hä, was soll denn das? Die geht einfach so weg. Hä? Junge. Einheizen. Los. Jetzt mach irgendwas. Ey, wirklich, das ist so scheiße. Musst du ja aufs Klo, oder was? Das würde ich ja verstehen, ja. So. Ich hab übrigens, äh, noch einen Tipp bekommen und hab mir das auch aufgeschrieben, wie das geht. Äh, wegen diesem Bedürfnisabbau. Da hat mir ja Street was geschrieben. Hatte ich letzte Folge schon erwähnt, glaube. Aber, ja, da bin ich nicht dazu gekommen, das zu machen. Aber mittlerweile schon. Ne? Und, äh, ja, ich hoffe, dass das jetzt, äh, funktioniert. Hallo? Ey, machen die mal was? Das geht gar nicht. Finde ich. Ist so anstrengend eigentlich, ne? So, ich mach jetzt erst mal ein Bild, würde ich sagen. Äh, ja, irgendwie so. Zack. Hm. Ja, passt schon, würde ich sagen, ne? Genau, als kleines Thumbnail. Und, ja. Ah, ne. Machen wir nochmal. Mehr Auswahl. Hä? Prostitution? Hä? Was ist das denn? Kann ich ja nicht? Hä? Ich kann ja gar nichts machen. Hä? Was ist das jetzt hier? Hat die neue Fischspezies Salmlau bekommen? Ach du Scheiße. Boah, ey. Ey, mich regt das halt auch auf, dass diese Schrift hier so klein ist. So leise, Alter. Ne, also, dass es so klein ist, das regt mich so auf, ne? Und ja, ich soll auch mal, hab ich bekommen, den Tipp, äh, hier die Quests beenden, die laufen, ne? Ich hoffe mal, dass ich das, äh, auch mal hinkriege. So, Spieloption. Naja. So, ich weiß nicht. Warum kann ich denn jetzt hier nichts mehr machen, Alter? Ach so, ich bin ja nicht... Oh, ich bin nicht mehr auf ihm. Ey, ich... Hä? Ich bin aber auch schlimm, ne? Also, ich krieg irgendwie nichts hin. Moment mal, was? Mit wem unterhält er sich grad? Hä? So, jetzt hier Witz erzählen, ne? Na, gucken wir mal. Was draus wird. Anmachspruch. Äh, ja. Tag verschönern. Na, da können wir schon mal ein bisschen mehr machen, ne? Aber es ist auch jedes Mal, wenn man das anklickt, was anderes, ne? Was hier ist. Also, es ist echt krass, irgendwie. Romantik. Okay. Oh, Leute, die sind schon voll auf der romantischen Ebene unterwegs. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Rumblöde. Ja. Also, ich hoffe, das ist jetzt auch hier richtig, was ich mache, ne? Nicht, dass es die Falsche ist und rät sie sich dann beschwert. Aber wahrscheinlich ist es schon wieder so, ne? Naja. So. Ah, sie ist Single? Okay. Und sonst? Ja, den Rest muss ich dann schauen. Ja, aber die haben ja hier noch ein paar Aktionen zum Abarbeiten. Aber ich glaube, der muss eh gleich heim, ne? Weil, ja, nach 0 Uhr, da dürfen ja die Teenager nicht mehr draußen rumlaufen, ne? Oder wie das war. Ja, und deswegen wird er dann abgeholt oder irgendwas, ne? Zumindest war es früher so. Ja, aber es war Freitag. Na gut. Da weiß ich nicht, ob es so ist. Aber die ist jetzt eh abgehauen. Äh. Ja. Ich muss jetzt eh die Folge beenden. Also, sorry. Ich habe jetzt die ganze Folge damit verbracht, ja? Also, ja, keine Ahnung. Ich kriege schon wieder alles nicht hin. Egal. Nächste Folge gucken wir mal, wie es weitergeht. Tschüss.